Die Musical-Sensation ist zurück. Ein Käfig voller Narren in der Komödie Fürth. Frankens Comedy-Stars Volker Heismann und Martin Rassau in ihren spektakulärsten Rollen. Erleben Sie die Kultshow über den berühmtesten Nachtclub der Welt. Sensationell und hinreißend. Ein Käfig voller Narren vom 27. November bis 24. Januar in der Komödie Fürth. Karten gibt's bei Frankenticket Fürth unter www.komödie.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.